Heute fangen wir eine neue Predigtreihe zum Thema Geld an. Ich habe vorher sehr damit gekämpft. Ich habe sogar unseren ursprünglichen Plan geändert. Eigentlich wollten wir die Reihe zum Leben mit dem Heiligen Geist fortsetzen, aber ich habe das verschoben. Im Grunde sind wir auch damit fertig. Wer mich kennt, weiß, wie unwohl ich mich als Prediger fühle, wenn es darum geht, um Geld zu bitten. Oder überhaupt über Geld zu reden. Kaum etwas macht die Dinge so komisch wie Geld. Egal ob in Freundschaften oder in der Kirche, es verändert alles. Und auch Pastoren. Wenn man online nachschaut, was der Hauptgrund ist, warum Pastoren kritisiert werden, ist es was? Geld. Er will nur mein Geld. Er will nur mein Geld. Und das wird auch nicht besser, weil ich Fernsehprediger bin. Das gebe ich offen zu. Ich weiß, das überrascht Sie alle. Aber Fernsehpredigern haftet dieser Ruf an, dass sie nur ihr Geld wollen. Beim Nachdenken über dieses Thema merkte ich, dass ich selbst nicht so gut vorbereitet war in der Art, wie ich über Geld denke. Ich hatte eigentlich vor, dass wir drei Wochen darüber reden. Jetzt werden es sechs Wochen. Wir werden auch über das Geben reden. Wir werden tatsächlich über das Geben reden und darüber, wie Geld unser Leben beeinflusst, was es mit unseren Träumen und unseren Wünschen macht. Wir reden darüber, wie viele von uns, zumindest wenn es ihnen so geht wie mir, oft davon getäuscht werden, was Geld uns alles geben soll. Es gibt ein tolles Lied, Bittersweet Symphony. Eines dieser Lieder, von dem sich jeder Musiker wünscht, er hätte es geschrieben. Und im Refrain kommt diese Zeile vor. Es ist eine bittersüße Symphonie, dieses Leben. Du versuchst auszukommen, du bist ein Sklave des Geldes und dann stirbst du. Und manche empfinden das so. Als Gläubige müssen wir allerdings nicht so leben. Wir brauchen nicht in der Geldfalle festzustecken. Letztlich war es dann eine Statistik von Darren Rounson at the Garden, die mich dazu gebracht hat, dem Thema sieben statt drei Wochen zu widmen. Sind Sie bereit? Es gibt über 2200 Stellen in der Bibel, die sich mit dem Thema Geld und Besitz beschäftigen. Es gibt dreimal mehr Stellen über Geld als über Liebe. Siebenmal so viele Stellen über Geld wie über Gebet. Und achtmal so viele über Geld wie über Glauben. Geld nimmt thematisch 15% der Bibel ein. Ein Fünftel der Lehren von Jesus drehen sich um Geld und Besitz. In 17 von 38 Gleichnissen geht es um Besitz und Geld. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über jedes andere Einzelthema außer dem Reich Gottes. Ich schätze, dann können wir uns auch sieben Wochen damit beschäftigen, oder? Ich will es noch einmal betonen. Wir fokussieren uns nicht auf das Thema geben. Wir beschäftigen uns mit diesem einen Wort verlangen. Wonach verlangt es sie? Was verschafft ihnen Freude? Wie würde es sich anfühlen, im Lotto zu gewinnen? Geben Sie es ruhig zu, es würde sich toll anfühlen. Ich fange mit einer Geschichte an. Wir setzten viel Vertrauen in Dinge wie Geld, Gold, Wohlstand, Aktien, Fonds, Besitz und Erbe. Napoleon III. hatte im 19. Jahrhundert seinen Tisch immer mit dem feinsten Besteck für besondere Gäste decken lassen. Alle, die empfangen wurden und an der Tafel saßen, aßen mit goldenem Besteck. Napoleon selbst aß mit noch feinerem Besteck, aus Platin. Aber der höchste Gast, der Ehrengast, bekam das kostbarste Besteck, aus Aluminium. Eine wahre Geschichte. Das edelste Essbesteck, das Napoleon besaß, war aus Aluminium. Aluminium. Aluminium, das heute das gängigste Metall auf der Erde ist, konnte damals, vor der Erfindung der Elektrolyse, nicht aus Erz gewonnen werden. Deswegen konnte man es kaum gewinnen, ein paar Flöckchen vielleicht. Über die Zeit hatte er genug Aluminium gesammelt, das teuerste, kostbarste Metall der Welt, und ließ Besteck daraus machen, um seine besonderen Gäste zu ehren, mit einer Aluminiumgabel und einem Messer aus Aluminium. Wir lachen darüber, weil wir bei Aluminium an Müll denken. Wir denken an leere Getränkedosen. Was ist mit dem Aluminium passiert? Wissen Sie, viele sagen, ich vertraue dem Geld nicht, ich kaufe Gold. Aber was macht Gold? Sicher, es ist vermutlich wertvoll, aber man kann nicht wirklich etwas mit Gold anfangen. Wir schreiben all diesen Dingen einen Wert zu. Und im Grunde will ich auf Folgendes hinaus. Genauso wie Aluminium seinen Wert verloren hat, werden die Dinge, denen Sie heute Wert beimessen in Ihrem Leben, auch Ihren Wert verlieren. Jesus lehrt uns über Schätze, dass es nichts gibt in dieser physischen Welt, das wirklich seinen Wert behält. Nur das, was du gibst, was du für andere tust, kannst du aus dieser Welt mitnehmen. Du bist nackt auf diese Welt gekommen und du gehst auch wieder nackt. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, Abvers 9, lesen wir diese berühmten Worte, die ich Ihnen noch einmal vorlesen möchte. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe. Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Diese Stelle der Bibel wird am häufigsten falsch zitiert, denn die meisten sagen was? Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber hier lesen wir, dass Geld nicht die Wurzel allen Übels ist. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Eine Grundsatzfrage. Ist Geld für einen Christen etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Es ist weder gut noch böse. Es ist einfach, was es ist. Es kommt darauf an, wofür wir es verwenden. Es kommt auf die Herzenshaltung von dem, an der es besitzt. Geld ist, wenn es für Gutes oder für Güter benutzt, wird gut. Aber wenn Geld an und für sich gut ist, dann wird es zum Götzen. Das Wichtigste ist, dass wir uns erinnern, dass nicht das Geld selbst, sondern die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Und das macht für Christen wirklich Sinn. Wenn wir an die Lehren von Jesus denken, spricht er über Liebe, nicht wahr? Liebe deinen Nächsten, liebe Gott, liebe Gottes Reich, liebe die Dinge, die er liebt, liebe Menschen, liebe deine Kinder. Aber ein Mensch zu sein, der Geld liebt, ist ein Verrat an allen Grundwerten, die Jesus lehrt. Man kann nicht Geld und Gott gleichzeitig lieben. Man kann nicht Geld lieben und aufrichtig Menschen lieben, weil die Liebe, die man behauptet, für Menschen zu empfinden, sich immer auch in Opfern zeigt. Menschen, die Geld lieben, opfern Menschen für Geld. Sie opfern kein Geld für Menschen. Deshalb kann man nicht Gott und Geld zugleich lieben. Man kann nicht Gott und dem Geld gleichermaßen dienen. Man kann nicht Gott und das Geld anbeten. Man kann nicht Gott und dem Geld gleichermaßen vertrauen. Entweder traut man dem einen oder dem anderen. Hier steht, sie ist die Wurzel allen Übels, und das stimmt. Die meisten Dinge, die uns in den Sinn kommen, die übel sind, haben ihre Wurzel in jemand oder einer Organisation, die Geld mehr liebt als Menschen. Eines der größten und schlimmsten Übel in unserer heutigen Welt ist der Menschenhandel. Die Wurzel dafür ist, dass Menschen Geld mehr lieben als Menschen oder Gott. Die größten Übel dieser Welt sehen auf den ersten Blick oft nicht so bösartig aus, aber wenn man lange genug forscht, findet man heraus, dass den größten Übeln dieser Welt die Gier und die Liebe zum Geld zugrunde liegt. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, weil sie so trügerisch ist. Dinge zu lieben wie Geld statt Menschen zu lieben und Gott zu lieben, ist ein totaler Verrat an allem, woran wir glauben. Und unsere Welt rast weiter diesen dunklen Pfad des Konsumismus herunter. Die Art, wie wir mit Weihnachten umgehen. Wir machen Schulden und eifern den Nachbarn nach. Unsere Handlungen und Taten machen deutlich, dass wir Geld dem Glauben und der Religion vorziehen, und das bringt uns um. Es bringt uns um. Nochmal, Geld selbst ist nicht schlecht. Es ist gut, wenn gute Menschen Geld haben, und es ist schlecht, wenn böse Menschen Geld haben, weil Geld auch Macht bedeutet. Wenn gute Menschen Geld haben, preise ich Gott, aber ich bete auch, dass ich selbst nie so viel Geld habe, dass es meinen Charakter zerstört. Das wird übrigens auch unser gemeinsames Gebet. Wir denken über Geld nach. Wir reden ständig darüber. Überlegen Sie mal, wie viele Finanzbegriffe unsere Sprache durchsetzen. Wir investieren in eine Beziehung. Wenn jemand moralisch am Ende ist, bezeichnen wir ihn als moralisch bankrott. Wenn jemand etwas Interessantes sagt, dann wurde eine Redewendung geprägt. Wenn jemand zu lange über eine Sache nachdenkt, was tut er dann? Er verschwendet mentales Kapital. Wir sagen, ich schulde Ihnen Dank. Wenn jemand erschöpft ist, sagt er, das hat Kraft gekostet. Stimmt's? Finanzbegriffe haben unsere Kultur durchsetzt, als Bilder für Beziehungen, als religiöse Metapher oder moralisches Bild. Sie durchsetzen alles, worüber wir reden. Das ist an sich nicht schlecht. Wir verstehen einander, weil wir hier Geld verstehen. Wir sprechen die Geldsprache und wissen, was wir meinen. Geld ist eine Wurzel unserer Kultur und deshalb ist es nötig, darüber zu reden. Was, wenn Geld als solches schon ein Zweck ist? Jemand fragt, warum hast du das und das getan? Und Sie antworten, na, es hat sich ausgezahlt. Jemand sagt, okay, ja, das macht Sinn. Das ist ein guter Grund. Komisch, dass Sie das nicht witzig finden. Geld sollte kein Grund für irgendetwas sein, das wir tun. Das Wort Geld oder Moneten kommt von der heidnischen Göttin Juno. Juno war eine der berühmtesten Göttinnen auf den Siebenhügeln von Rom. Juno hatte auch einen besonderen Nachnamen. Sie war die Göttin der Ehe und Fruchtbarkeit. Sie war in eine Kriegsrüstung gekleidet, weil sie auch die Verteidigerin von Rom, der Hauptstadt, war. Ihr Nachname war Moneta. Moneta bedeutet auf Latein Warnung. Das gesamte Geld von Rom wurde in dem Tempel der Göttin Juno geprägt. Und von dort, von Juno Moneta, haben wir das Wort für Geld. Moneta. Mit dem Wort selbst ist der Götzendienst verbunden. Es kommt von einem Götzen. Was ist nun ein Götze? Ein Götze ist ein Objekt, das keine wirkliche Macht hat, dem wir aber vertrauen, auf das wir uns verlassen oder auf das wir unser Leben aufbauen. Vertrauen, sich auf etwas zu verlassen und sein Leben danach zu richten, bedeutet etwas anzubeten. Das heißt, man glaubt an etwas. Kaum jemand glaubt oder verlässt sich nur auf sich selbst. Sie vertrauen ihren Fähigkeiten oder ihrem guten Ruf, wofür sie nichts können und dass sie nichts sind. Sie vertrauen auf ihre Eltern, ihrem Erbe, ihre Arbeit, ihrem Geld oder sie vertrauen Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir auf etwas vertrauen, uns auf etwas verlassen und unser Leben danach ausrichten, dann beten wir zum Beispiel das Geld an. Und so wird das Geld dann zu unserem Götzen. Und ich sage das deshalb so deutlich, weil ich sie liebe. Denn viele von uns sind verzweifelt, wenn es um Geld geht, weil wir nicht genug davon haben. Rockefeller antwortete, als ihn jemand fragte, wann er denn genug Geld hätte mit dem Satz, erst wenn ich noch ein bisschen mehr habe. Wir glauben diesem Geldmythos, oder? Wir folgen diesem Mythos, das Geld uns sicher macht, uns das Gefühl von Geborgenheit gibt. Und das trifft besonders dann zu, wenn Sie so wie ich den Schmerz des Mangels gespürt haben. Der Schmerz, der durch Mangel an Mitteln kommt. Wir denken dabei oft an Hunger und Kälte, das sind die extremsten Fälle. Die meisten hier in Amerika erleben so etwas nicht. Vielleicht in einem gewissen Maß, aber nicht so schlimm. Es gibt eine Art tieferen, existenzielleren Schmerz. Und das ist der Schmerz des persönlichen Wertes. Eine Frage, die ich am meisten von allen hasse, weil ich Christ bin, ist die Frage, was ist sein Netto-Wert? Der Netto-Wert ist, was jemand an Rücklagen gegenüber seiner Schulden hat. Echt jetzt? So wird ein Mensch bewertet? Das ist, was dieser Mensch wert ist? Das ist ein Spiegel, dessen wir unsere Kultur Menschen ansieht und die Armen spüren das. Und das Schlimmste, das Schlimmste überhaupt am Arm sein ist, dass man nicht geben kann. Man kann sich nicht beteiligen. Die Kinder sollen Zahnspangen bekommen oder Kleidung, mit denen sie zur Schule gehen können, die keine Löcher haben. Es ist ein Elend, wenn eine Mutter ihren Kindern keine Kleidung ohne Löcher kaufen kann. Und dann denken wir, wir sind nichts wert und Gott hat uns vergessen. Und wenn wir von Segen sprechen, denken wir, das heißt Geld, nicht Freude, Glück oder tiefe bleibende Erfüllung. Wenn wir sagen, Gott hat mich gesegnet, meinen wir, er hat mir etwas Geld gegeben. Ich bin nicht so sicher, ob Gott dieses Geld wirklich gegeben hat. Wir im Westen glauben diesen Mythos, der so fest sitzt. Ihr könnt etwas anderes sagen, bis ihr blau anlauft, aber im Herzen sagt ihr, wenn ich erst genug Geld habe, bin ich sicher, bin ich frei und erlebe vollkommene Erfüllung. Ich möchte Ihnen eine faszinierende Geschichte erzählen. Hat jemand schon einmal an Windhunderennen gesehen? Unglaublich, diese Hunde sind irre, oder? Ihnen wird eigentlich ein Streich gespielt, weil sie einen Plastikhasen jagen. Diesen Hasen kann man so schnell laufen lassen, wie man will. Und dieser Hase wird den Hunden immer ganz knapp vor der Nase gehalten. Jeder denkt, die Hunde rennen zur Ziellinie, aber nein, sie jagen den Plastikhasen. Bill Gautier hat einmal die Geschichte erzählt von einem Mann, der in Florida Hunderennen veranstaltet hat. Die Tore öffnen sich, die Hunde rennen los, und dieser blöde Hase, der auf der Spur läuft, den sie hassen, den sie jagen müssen, fiel aus der Schiene, auf der er läuft. Und die Hunde fangen den Plastikhasen. Als sie ihn hatten, wurden sie ganz verrückt und wussten nicht, was sie jetzt machen sollen. Sie sehen sich an, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir sollten ihn gar nicht erwischen, eigentlich. Ich habe mein ganzes Leben lang diesen Hasen gejagt, jetzt habe ich ihn endlich. Das ist alles, was ich je wollte. Davon habe ich immer geträumt, und jetzt habe ich es. Die Hunde sehen sich an und fragen sich, was jetzt? Essen wir ihn? Zerreißen wir ihn? Keine Ahnung. Und wollen sie was Witziges hören? Eigentlich nicht witzig, sondern eher traurig. Das hat die Rennhunde für immer ruiniert. Nach diesem Moment, wo sie den Hasen gefangen haben, taugen sie für kein Rennen mehr. Die Tore öffnen sich, und sie denken, ach, der Hase, den brauche ich nicht. Gebt mich gar nichts an. Ich bin nicht euer Clown. Ein starkes Bild, oder? Viele Menschen finden Erfüllung darin, ihren Hasen zu jagen. Es ist uns vielleicht nicht klar, aber wenn wir je den Hasen erwischen, stecken wir in großen Schwierigkeiten. Unsere ganze Welt zerfällt. Aber sie brauchen nicht warten, um zu erkennen, dass alles wertlos ist. Sie brauchen nicht erst alles zu haben. All den Ruhm, die Liebe, all das Geld, all die Spannung, um zu erkennen, dass es Zeitverschwendung ist, diesem Hasen nachzujagen. Das alles ist nur eine Ablenkung davon, dass sie tun, wozu Gott sie berufen hat. Wir alle brauchen Geld. Jeder will Geld. Die meisten von uns haben Geld zu einem Ziel gemacht, nicht zu einem Mittel für etwas Größeres. Geld wird sie nicht beschützen. Geld kann sie nicht retten. Der Tod holt sie, ob es ihnen gefällt oder nicht. Früher oder später können sie nichts mitnehmen. Diese Predigt geht eigentlich nicht über Geld. Diese Predigt handelt von Gottes Reich und ist eine Predigt über Verlangen. Was passiert, wenn wir vom Verlangen und Gier nach Geld zum Verlangen nach den ewigen Hügeln kommen? Zum Verlangen nach Gott. Wir verlangen danach, Jesus zu kennen und ihn persönlich zu erleben und ihm alle Tage unseres Lebens zu folgen. Was wäre, wenn wir diese Welt zwar nackt, aber mit der Erinnerung an Menschen verlassen, deren Leben gerettet, begleitet und heil wurden? An Unrechtssysteme, die zerbrochen sind. An neue Systeme, neue Schulen, neue Waisenhäuser, die wir gebaut haben. Was wäre, wenn wir diese Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben? Nicht, weil wir all dem Gold und den Schätzen dieser Welt nachgehen, sondern weil unser größter Schatz ein himmlischer Schatz war. Weil das, was unser Meisten bedeutet hat, war, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Dass wir leben mit Charakter und Ehre. Dass wir für unsere Nächsten da sind. Dass wir für Dinge wie Loyalität und Selbstlosigkeit stehen. Und vor allem für Jesus. Sehen Sie sich die frühe Kirche an. Wonach hat sie verlangt? Nach Geld und Gütern? Nein, sie lag im Streit mit Rom, weil sie alles verkauft haben und sich gegenseitig versorgt haben. Sie waren sicher, dass Jesus jeden Augenblick wiederkommt. Und so haben sie alles weggegeben. Sie haben ihr Land verkauft, ihr Essen und zogen zusammen in Kommunen. Und dahinter lag ein Herzensanliegen. Der Herzschlag darin war Maranatha. Sie wollten, dass Jesus wiederkommt. Das war alles, was sie interessierte und sie dachten, er könnte jederzeit wiederkommen. Deshalb haben sie alles aufgegeben und verkauft. Und indem sie ihre irdischen Güter aufgaben, haben sie einen himmlischen Schatz erworben. Sie zogen durch die Gegend, heilten Menschen, weckten die Toten auf und beteten. Sie liebten einander und aus dieser ersten Gemeinde entstand ein Waisenhaus. Bis zur Entstehung der Gemeinde gab es keine Waisenhäuser. Sie waren die Ersten im Westen, die sagten, nein, wenn du ein Kind ohne Eltern bist, dann bedeutest du Gott etwas. Also lebe in unserer Gemeinschaft. Das war die erste Gemeinschaft, in der wirkliche Gleichheit herrschte. Frauen wurden damals wie Eigentum behandelt, nicht so im Reich Gottes. Hier gibt es weder Juden noch Griechen, Männer oder Frauen. Kommt rein, wir lieben dich. Bleibe bei uns. Es ist uns egal, ob du deinen Körper auf der Straße verkauft hast oder ob du arm bist. Es macht nichts, wenn du krank bist. In einer Zeit, in der die Kranken auf die Veranda gesetzt wurden, um irgendwie geopfert zu werden, weil sie ansteckend waren, kamen die Christen und sagten, gib uns deine Krankheit, wir sterben mit dir, damit wir mit dir leben können. Wo ist das in unserer Kirche? Wo finden wir das in der Gesellschaft in Amerika? Wer würde alles verkaufen, um einem armen oder kranken Menschen zu helfen? Einige von euch würden das tatsächlich. Und was hat es auf sich mit den armen Kirchen, die anscheinend die größte geistliche Kraft haben? Die haben nichts, sie haben kein Essen, ihre Kleider sind zerlummt, sie haben schmutzige Böden und Dächer aus Blech und sie haben geistliche Vollmacht. Einer der beeindruckendsten Gottesdienste, die ich je besucht habe, war in einer großen Gemeinde in Mexiko, die genau so war. Keine Wände, ein Blechdach, der Boden aus Erde. 2000 Leute und ein Mann, der mit einer ziemlich schrottigen, verstimmten Gitarre Lobpreislieder spielte. Es war unglaublich. Dort war ein Feuer zu spüren, das die Leute anzog, die Menschen knieten und baten, Gott sie zu verändern, Mexiko zu verändern und ihre Stadt zu verändern. Man sah dort einfache Menschen, junge und alte, arme Leute, die ihr Leben Gott zu Füßen legten und sagten, Gott, wir wollen dich und wir verlangen nach deinem Reich. Alles andere war egal und es ging nicht darum, schöne Sachen zu haben. Thomas von Aquin besuchte den Papst und sie gingen spazieren. Der Papst war sehr stolz auf seine Schatzkammer. Er zeigte sie Thomas von Aquin und sagte, sieh her lieber Thomas, wir können nicht mehr sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Und Thomas von Aquin hält ihn am Arm fest und sagt, und wir können auch nicht mehr sagen, steh auf und geh. Manchmal muss man wählen. Ich glaube, dass der Teufel eine Strategie hat, die Kirche zu zerstören. Die erste Strategie ist Leiden. Er versucht, die Kirche ins Leid zu treiben. Versucht, sie zu töten, sie zu verfolgen, die Regierungen dazu zu bringen, dass sie Gemeinden schließt. Er versucht, sie zum Schweigen zu bringen und sie zu unterdrücken. Wenn das nicht funktioniert, versucht er es mit Geld. Er stopft sie aus und macht sie fetter und fetter. Sieht mal, ich möchte das noch einmal betonen. Gute Menschen sollten Geld haben. Gute Menschen. Wir wollen, dass die guten Menschen Geld haben und die bösen arm sind. Kann ich ein Amen hören? Amen. Wir wollen, dass die guten Menschen reich sind und wir wollen die bösen Menschen arm sehen. Wir wollen, dass die bösen Menschen alles verlieren und die guten Menschen alles bekommen, weil Geld Macht bedeutet. Und wenn gute Menschen zu Geld kommen, was machen sie dann? Sie helfen anderen. Das tun sie. Man kann kein guter Mensch sein, ohne großzügig zu sein. Das geht einfach nicht. Wer das glaubt, macht sich was vor. Was machen böse Menschen mit Geld? Sehen Sie, Geld ist toll. Man kann mit Geld Menschen ernähren, Medizin kaufen, Dächer kaufen, Partys veranstalten und Feste, die gut sind. Mit Geld kann man Menschen segnen und anderen helfen. Wir wollen, dass die guten Menschen Geld haben, damit dieses Geld etwas Gutes bewirken kann. Kann ich ein Amen hören? Ich lade Sie jetzt ein, dass wir gemeinsam beten. Wir sprechen ein Gebet von Dallas Willard. Und ich garantiere Ihnen, den meisten von Ihnen wird es so wie mir auch gehen. Sie werden zu kämpfen haben, dieses Gebet zu sprechen. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser sieben Wochen dieses Gebet mit großem Eifer beten. Das Gebet geht folgendermaßen. Gib mir bitte nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Wenn Sie das nicht sagen können, hat Geld einen höheren Rang in Ihrem Leben als Ihr Charakter. Geld ist dann wichtiger als Güte. Geld ist ein Götze. Zerstören Sie diesen Götzen. Seien Sie frei. Seien Sie frei. Vertrauen Sie nicht dem Geld. Vertrauen Sie nicht auf Ihre Arbeit, Ihren Wohlstand, Ihre Kleidung. Sondern vertrauen Sie Gott. Er sorgt für Sie. Er ist treu. Geld ist untreu. Gott wird Sie nie verlassen. Das Geld schon. Vertrauen Sie Gott. Er ist treu. Vertrauen Sie auf ihn und beten Sie von ganzem Herzen, Herr, bitte gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Ich würde lieber sterben, als dich zu verlieren. Ich will, dass dafür mein Herz schlägt. Ich will für dich brennen, Herr. Ich will für dich leben. Ich will, dass mein Leben Bedeutung hat. Kann ich ein Amen hören? Ich will der Mensch werden, der betet, Herr, bitte gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Gott, gib mir nur genug. Kann ich ein Amen hören? Lassen Sie uns die Augen schließen. Strecken Sie Ihre Hände so vor sich aus. Das ist ein Symbol, dass wir alles loslassen. Nicht nur Ihr Geld, sondern auch Ihren Körper, Ihre Kleidung und Ihre Zeit. Einfach alles. Sie geben einfach alles dem Herrn. Und wir sagen gemeinsam, Herr, bitte gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Sagen Sie es mit mir? Herr, bitte gib mir nicht mehr Geld, als mein Charakter aushält. Alle sagen Amen. Ich kann Sie beruhigen, wenn Ihnen dieses Gebet einen Stich ins Herz versetzt hat, sind Sie ein ganz normaler Mensch. Ich gratuliere. Sie denken, ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist vielleicht der eine Bereich, wo es Gott nicht ganz gelingt. Es macht mir nichts aus, es auf die harte Tour zu lernen. Jemand dachte bestimmt, Gott, ich will es auf die harte Tour lernen. Gib mir mehr Geld, als mein Charakter verträgt. Seht mal, hier geht es wirklich um Liebe. Ihr werdet geliebt. Ihr seid mehr wert als ein See voller Geld. Wussten Sie das? Sie sind mehr wert als alle Sterne am Himmel. Sie sind mehr wert als jedes Sonnensystem. Sie sind mehr wert als jede Firma und alle Aktienmärkte und Fonds zusammen. Sie sind mehr wert als alle Reichtum der gesamten Menschheitsgeschichte zusammengenommen und in einen großen Raum gepackt. Sie sind viel mehr wert. Wissen Sie, wie viel sie wert sind? Sie sind den Leib und das Blut von Jesus Christus wert. Und es gibt nichts Kostbareres. Das ist ihr Wert. Dass Gott seinen einzigen Sohn opfert, um sie zu retten und zu erlösen. Sie alle hier in der Kirche, bitte schließen Sie einen Moment die Augen. Liebe Zuschauer am Fernseher, wenn Sie meine Stimme hören und Gott kennen möchten, oder besser noch wollen, dass Jesus Sie kennt, dann beten Sie mit mir und nehmen Sie Jesus Christus in Ihr Herz auf. So dass es keine Götzen mehr gibt, sondern dass er Ihr ganzer Schatz ist. Das gleiche gilt für Sie hier. Als ich Jesus in mein Leben gelassen habe, gab es einen Aufruf, aber ich bin nicht nach vorne gegangen oder habe die Hand gehoben. Ich sagte einfach, das ist es. Ich wurde Christ und mein Leben wurde verändert. Sprechen Sie mir dieses einfache Gebet nach. Herr, ich gebe Dir mein Leben. Ich bitte Dich, dass Du mir meine Schuld vergibst. Ich bitte Dich, dass Du mich erlöst, wiederherstellst und mich kennst. Ich nehme im Namen Jesu Deinen Tod, Deine Auferstehung und Deine Himmelfahrt für mich an. Ich vertraue Dir, Jesus, und ich bete, dass Du mich kennst und dass Du Dich an mich erinnerst, wenn Du in Dein Reich kommst. In Jesus' Name. Amen. Amen.